Oh, 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 was geht ab, ihr Geigen Klubschicht? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Battlefield 1. Wir sind hier unterwegs in dem Wald der Argonen mit den Vereinigten Staaten und als Supporter. Wir testen jetzt mal ein bisschen die Klassen durch. Mal gucken, was mir so am besten zusagt. Wir haben hier auf jeden Fall ein fettes Ding. Wir haben Munition und einen Mörser habe ich auch am Start. Okay, mit ihm hier habe ich keinen Charge. Wie sieht das Visier aus? Gewöhnungsbedürftig, aber was willst du machen? Da habe ich gerade jemanden laufen sehen. Okay, irgendwo ist hier einer bei der Flagge. Wir sind jetzt aber mehrere Leute, deswegen nehmen wir einen. Oh, fuck, Junge. Ich brenne, Alter, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich weiß gar nicht, warum ich mir gerade selbst Munition hingeworfen habe. Wahrscheinlich, weil ich mich heulen wollte. Ich finde das voll krank, dass die Waffen auch überhitzen können. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay. Gut, wir sind wieder regeneriert. Werf hier mal ein bisschen Munition. Dafür nicht. Ist ja auch meine Aufgabe. So, wir müssen C wiederholen. Okay. Leider nur ein Assist. Da ist doch einer hinter dem Stein, oder nicht? Wusste ich's doch. Ich wusste, ich hab's gesehen. Ich hab auch den Baum gerade gefickt. Habt ihr's gesehen? Voll nice, ne? Jawohl, da war sogar ein Headshot dabei. Ich hab das eingestellt, wenn ich einen Headshot mach, dann krieg ich so einen grünen Punkt da. Aber ich glaube, ich werd ihn... Ich werd ihn blau einstellen. Dunkelblau werd ich das, glaub ich, machen. Oh, oh. Jawolleck. So. Ich hab auch erst Hilfe vor meinen Füßen. Das ist voll nice. Munition für meine Jungs. Nee, er da drüben will... Er da drüben soll Munition. Okay, kriegt er nicht. Pech. Nee, 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 nee. So nicht. Ah, scheiße. 440 hab ich ihn gegeben. Haben wir... Ihr werdet nicht angezeigt, dass ein Sanitäter in der Nähe ist. Haben wir gar keine Sanitäter am Start momentan, oder was? Kann man das nachgucken, was die so spielen? Ja, zwei... Drei Sanitäter haben wir, aber... Keine Ahnung. Ging gerade nicht. Ah, Moment, ich bin Tropfführer. Stimmt. Hier, C anholen. Ich find das auch gut, dass das unten links angezeigt wird noch. Über der Minimap. Was die Aufgabe ist. Alter, Vater, äh... Leck mich am Arsch. Wir sind jetzt... C ist die Ruine der Abtei. Alles klar. Okay, wir nehmen C nicht mehr ein. Jetzt. Okay, gut. Ja. 100 extra Punkte. C wurde eingenommen. Das ist doch gut. Ich find das auch gut, dass er ihnen angezeigt wird. Scheiße. Ähm. Wie viele... Also, ob Gegner in der Flagge sind. Das wird halt angezeigt. Und wie viele. Je nachdem. Das muss man natürlich gucken, wenn man da zu zweit drin ist. Warum kann ich nicht... Kann man nicht bei den Flaggen spawnen? Irgendwie kann man nicht bei den Flaggen spawnen. Okay. Äh. Wo ist A? Wo ist A? Wo ist A? Da. Achso. Okay. Haben die schon geregelt. Dann greifen wir mal C an. Äh. B ist das. So. Jungs. Vorrücken. Da kommen sie! Alter, Vater, ey. Einmal hinlegen. Luft schnappen. Ich bin verletzt. Hilf mir! R1-Spam, um zu gucken, ob da irgendjemand markiert wird. Dann ist er auch einfacher zu treffen. Weil man dann halt weiß, wo der ist. Und nicht ins Blinde feuert. Sanitäter, bin getroffen! So. Munition. Ja. Die Munition wirft er wie ein Honk, Alter. Einen halben Meter wirft er. die. Okay. Sieht rechts. Sieht safe aus. Hockt der dahinter, Alter. So. Munition, Jungs. Oh, oh. Ei, 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 ei. Ich spamme hier einfach alle mit Munition voll. Oh, oh. Oh, ho, ho, ho. Die wollen uns jetzt holen. Nein, ich hab ihm zwei Herzschutz gegeben, da hinten. Ah, Mist. Das war aber klar, dass sie jetzt kommen, um uns zu holen. Und das hat er schon im Urin. Wisst ihr was? Ich glaube, ich glaube, wir snipen mal ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz gut auf der Map. Was nicht bedeutet, dass ich gut bin. Ihr habt's gesehen. Ich kann's. Boah. Boah. Der hat gesessen, Alter. 92, äh, 92 Damage. Ich hab euch ge... Alter, ich bin so scheiße im Snipen, ne? Also in Battlefield 4 war ich sogar mal richtig gut. Aber, äh, da muss ich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, wenn wir so eine Flagge verteidigen, dann ist das bestimmt richtig gut zum, äh, Snipen. Die Situation, wo ich gerade war, wo ich da lag. Dann fuhren wir ein bisschen weiter hin mit einem Sniper. Okay, hier hab ich auch so ein Dingens drauf. Warte mal. Ah, wir holen B gerade. Oh, wir verlieren A. Da bin ich doch gerade erst gespawnt. Alles klar. Rückzug, Rückzug. Okay, was habe ich eigentlich so für Gadgets? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist die Waffe, die, äh, Dingens markiert, ne? Und das ist wahrscheinlich die panzerbrechende Munition. Nein. Nein. So. Okay, da kommen, da kommen sie alle, Alter. Bam! Kül! So, nachladen. Schön markieren, wenn ich sie markieren würde. Ich treffe nicht mal beim Markieren, Alter. So schlecht bin ich. So, Pistole, falls ja einer nah rankommen will. Oh, oh. Nicht gut. Scheiße. Wie steht's? Keine Ahnung. Das steht da nicht. Das steht nicht. Okay. Muss man ja auch nicht anzeigen. Ist ja auch nicht wichtig. Okay, 83. Zu 59. Wir gewinnen wieder. Und hier ist noch irgendwo ein Feind. Hier ist irgendwo ein Feind, Jungs. Hier sind mehrere. Warte mal, das war C. C konnte man irgendwo runter. Aber, äh, fragt mich jetzt nicht mehr, wo. Hier. Und da hängen sie natürlich. Das war doch klar. Nein! Oh. Da hatte ich einfach die falsche Klasse für. Hoppala. Da hatte ich die falsche Klasse für. Komm, wir nehmen nochmal Versorgung für die letzten 10 Tickets. Und rennen da jetzt nochmal unten rein. Alles klar, das war's. Das ging schnell. Alles klar. So. Wir spielen jetzt nochmal den Supporter. Und rennen da unten rein. Okay, tun wir doch nicht. Ich seh nichts mit dem Visier. Okay. Okay, wir spielen den Supporter. Und rennen da unten rein. Einfach mal reinhalten. Komm, guck da rum. Guck da rum. Warum guckt der nicht? Wow. Wow. Man, der sollte da um die Ecke gucken, dann hätte ich ihn da wegmachen können. Vielleicht. Warum kann ich jetzt wieder nicht bei ihm spawnen? Wollte mich... Jetzt spawnen ich trotzdem bei ihm, oder was? Nee, du, spawnen kannst du bei ihm nicht. Willst du was anderes aus? Ja, komm, wir schicken dich da hin. Wir haben es uns anders überlegt. Oh, oh. Nicht cool. Ich hab gerade Granate geworfen. Jawolle. Boah, hab ich hier Munition hingeworfen? Ich glaub, die flog ein bisschen zu weit, oder? Oh. Wo willst du denn hin? Jawohl, ich hab den letzten Kill gemacht. Schon wieder ein Sieg. Jawohl. Da haben die Vereinigten Staaten gewonnen. Oh, Entschuldigung, da hab ich gerade ein bisschen hingehen. Gut, mal gucken. Kriegen wir eine Battle-Kiste? Eine Battle-Kiste. Da sind wir auf Munitionierung. Was? Was? Auf Munitionierung? Okay, keine Battle-Packs diesmal. Auf Munitionierung, Alter. Beste... Wie wär's mit Munitionsaufstottung? Auf Stottung, ja. Aufstockung oder so? Okay, 8-8 haben wir gespielt. Nicht der Shit, aber... Naja. Ich hatte Spaß. Ich hoffe ja auch. Wenn ja, dann würde ich mich selber über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder. Es gab doch Battle-Packs. Warum wurden die gerade nicht angezeigt? Dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Runde. Tschüss.